Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Je präziser die Operation, desto besser das Ergebnis und desto schneller sind sie wieder auf den Beinen. Die Experten im Da Vinci-Zentrum in der Asklepios Klinik Altona setzen einen OP-Roboter ein, der äußerst präzise arbeitet und entsprechend auch minimalinvasive, sehr gute Ergebnisse erwarten lässt. Da Vinci gilt als das modernste System der Welt und trotzdem kann man schon auf jahrelange Erfahrung zurückschauen. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Daniel Pérez. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Visteralschirurgie an der Asklepios Klinik Altona und er ist einer der Ärzte, die mit Da Vinci arbeiten. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Prof. Pérez. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Ich wüsste nämlich gerne von Ihnen, wie funktioniert Da Vinci. Ja, Da Vinci ist ein Operationsroboter, der vom Operateur gesteuert wird und selbstständig nichts macht. Also der Roboter, der macht nur das, was wir ihm sagen. Und das ist ein Telemanipulator, nennen wir das. Also das ist ein Gerät, was die Bewegungen, die der Operateur an der Konsole, an der Steuerungskonsole durchführt, direkt ins Innere des Patienten überträgt. Aha. Das finde ich so spannend, dass Sie da gleich drauf kommen, dass Sie sagen, also der macht nichts von alleine, keine Sorge, sondern der ist, wie soll ich es nennen, ein verlängerter Arm für Sie, kann man das so sagen? Ganz genau. Also bis vor kurzem, wo wir noch die laparoskopischen Eingriffe durchgeführt haben, die man ja teilweise auch heute noch durchführt für weniger komplexe Eingriffe, waren wir ja direkt am Patienten mit den Instrumenten. Also wir hatten einen direkten Kontakt zwischen dem Operateur, dem Instrument und dem Patienten. Heute ist es so, dass der Operateur ein paar Meter weg vom Patienten an einer Steuerungskonsole sitzt und die Bewegungen und Kommandos, die eben an der Steuerungskonsole dem Roboter gegeben werden, direkt eben dann übersetzt werden an die Instrumente, die am Patienten dran sind. Wie weit sind Sie denn dann von dem Patienten weg, von seiner Liege? Also man ist rein theoretisch, und darüber hat man ja in der Vergangenheit nachgedacht, dass man das ja auch über große Distanzen machen könnte, das hat sich aber nie durchgesetzt. Also man ist eigentlich immer im Saal als Operateur. Also man ist ein, zwei Meter neben dem Patienten. Also das heisst, man hat das Team, man hat den Patienten immer auch im Blick. Ja, was findet denn direkt am Patienten statt? An Patienten, also solche Operationen können ja nur als Team durchgeführt werden. Und das Team besteht aus dem Pflegepersonal. Also das ist eine OP-Pflegekraft, die steril neben den Patienten mit den Instrumenten arbeitet. Plus zusätzlich ist immer auch noch ein ärztlicher Kollege, ein Assistent, direkt neben den Patienten und assistiert während der Operation. Also das ist, sagen wir, der operative Teil. Und dann ist natürlich die Narkoseärzte, die sind aber praktisch auf der anderen Seite dann des Vorhangs, praktisch des Operationenvorhangs. Und angenommen, ich wäre jetzt wach als Patient, was würde ich von Da Vinci direkt vor mir sehen? Also wir hoffen natürlich nie, dass ein Patient wach ist während einer Operation, das kommt auch nicht vor. Das gibt es so nicht. Wenn das aber jetzt rein hypothetisch so wäre, dann würden Sie praktisch eine Säule sehen, eine etwa zweieinhalb Meter hohe Säule, die vier Arme hat. Vier, so circa 20 Zentimeter, 15 bis 20 Zentimeter breite Arme mit verschiedenen Gelenken. Und am Ende dieser Arme ist eine Halterung. Und diese Halterung ist dafür gedacht, dass die Instrumente dort festgemacht werden und auch während der Operation problemlos gewechselt werden können. Weil man hat ja ein ganzes Portfolio verschiedenster Instrumente, die man für komplizierte Operationen eben braucht. Ich habe gehört, das sind insgesamt vier Arme, die da im Einsatz sein können. Genau. Und das heißt also, es ist ja keine offene Operation, sie ist ja minimalinvasiv, das heißt kleine Löcher? Ja, die Schnitte sind etwa acht Millimeter gross. Also das ist so, was man braucht, um diese Halterungen, die es für die Instrumente braucht, eben in den Körper des Patienten einzubringen. Aber acht Millimeter ist natürlich, wenn man vergleicht zu den Schnitten, die man früher gemacht hat, einmal von oben bis unten, das ist natürlich für den Patienten sehr viel schonender. Und das zeigt sich dann auch im frühen Verlauf, also im früh-post-operativen Verlauf, der Unterschied sehr klar. Also schnellere Erholung, schneller auf den Beinen, weniger Komplikationen, also nur wenige Schmerzen. Das sind nur wenige der Vorteile, die eine solche Technik hat für den Patienten. Ja. Was operieren Sie damit? Verschiedene Operationen. Also generell gesprochen ist der Da Vinci-Roboter dann gut, wenn man sich in einem anatomischen Bereich bewegt, der eng ist und unübersichtlich. Also wie viele wissen, wurde der Da Vinci ja schon vor zwei Jahrzehnten erstmalig bei der Entfernung der Prostata durch die Urologen ja eingesetzt und wird ja immer häufiger eingesetzt. Das ist eigentlich die Standard-Operation. Und man kann sich gut vorstellen, dass im Becken, da wo die Prostata ist, also tief im männlichen Becken, es sehr eng und unübersichtlich ist. Und das ist eigentlich die beste Indikation, also das sind die besten Gründe, weshalb man einen solchen Roboter verwendet. Und hinter der Prostata ist ja das Rektum, also zum Beispiel bei bösartigen Erkrankungen des Rektums oder Mastarms ist die Verwendung des Roboter eine sehr gute Sache. Und generell eben auch an anderen anatomischen Orten, wie zum Beispiel bei der Speiseröhre, wo man, wenn man im Brustkorb operiert, ja auch sehr enge Verhältnisse hinter dem Herz, hinter der Luftröhre, an der Wirbelsäule, an den grossen Gefässen entlang ist das eng. Und bedarf eben einer sehr vorsichtigen, sehr präzisen und sehr kontrollierten Operationsweise. Ja, genau, weil der Roboter ein Zittern ausgleicht, glaube ich. Das ist einer der Vorteile, ja. Also ein Zittern wird rausgefiltert. Genau, und weil er quasi 360-Grad-Gelenke hat, was ja andere Instrumente nicht so hat. Im Prinzip, genau, also die klassischen minimal-invasiven Instrumente, eben wie die Labroskopie, da hatte man ja sehr begrenzte Freiheitsgrade. Also das waren praktisch wie so Stäbchen, die man dann halt, mit denen man so operiert hat. Der Roboter ist praktisch eine Miniaturhand. Also es ist im Prinzip, wie, die hat praktisch die gleiche Bewegungsfreiheit wie die Hand des Chirurgen, einfach auf miniaturisierte Weise. Die Instrumente sind, wie ich schon gesagt hatte, so um eben 8 Millimeter gross. Wie lange arbeiten Sie schon mit Da Vinci? Also ich hatte das Glück, das erste Mal in den USA, in Amerika, in New York, war ich damals als junger Chirurg an den ersten überhaupt durchgeführten viszeralchirurgischen, also bauchchirurgischen Operationen mit dabei. Und hatte dort meinen ersten Kontakt vor zehn Jahren. Also etwas über zehn Jahre. hatte dann das Glück, nach Hamburg zu kommen und da auch in dem Zeitraum auch etwas weniger als vor zehn Jahren die erste Solcheoperation auch in Hamburg zu machen. Dickdarmkrebs ist ja, glaube ich, etwas, was häufig operiert wird mit Da Vinci, sicherlich auch von Ihrer Seite. Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, wer mich da in dem OP-Saal jetzt erwartet als Patientin. Und wie würde da jetzt diese Operation laufen? Ja, also als erstes natürlich die Standardverfahren, also die Narkose, dann die Desinfektion, Abdeckung. Und dann führt man eben diese Zugänge ein. Das sind diese 8 Millimeter Halterung für die Instrumente. Die werden speziell für jeden Eingriff platziert. Also es gibt nicht eine Platzierung für alle Operationen, sondern je nach Operation müssen diese Halterungen eben gesetzt werden. Und dann wird der Roboter praktisch an diese Halterungen festgemacht. Dann wählt man die Instrumente, die man dazu verwenden möchte. Man hat ja vier Zugänge, vier Arme. Einer davon ist für die Kamera und drei davon sind zum Operieren. Und das ist eben einer der ganz grossen Vorteile der Robotik, ist, sie werden plötzlich zum vierhändigen Chirurgen. Also bisher hatten wir einfach zwei Hände und waren auch sehr angewiesen auf eben eine gute Assistenz. Jemand, der uns gut die Kamera führt während einer solchen Operation, ein zweiter Assistent, der noch mit einem Instrument ein Organ zum Beispiel weghalten konnte. Mit dem Da Vinci kann der verantwortliche Chirurg viel mehr Kontrolle während der Operation ausüben. Und das ist meiner Meinung nach auch etwas, was sich dann in verbesserten Ergebnissen auch widerspiegelt. Bei all dieser Begeisterung gibt es denn auch etwas, was Sie nicht mit Da Vinci operieren würden? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also sehr fortgeschrittene Tumorerkrankungen, zum Beispiel Tumorerkrankungen, die die Organgrenze überschreiten, wo man mehrere Organe rausnehmen muss. Das ist ein Grund, wo wir auch heute noch offene Operationen durchführen. Es ist auch so, dass man auch noch klassisch-laparoskopische Eingriffe durchführt, insbesondere solche, die nicht so komplex sind, die nicht so diffizil sind. Die kann man auch heute noch sehr gut klassisch-laparoskopisch. Aber für Ersttumorerkrankungen, die man minimalinvasiv operieren will, ist der Roboter, denke ich, heute der Goldstandard. Ja, und warum dann überhaupt noch die klassische laparoskopische Operation? Also der Roboter ist natürlich aufwendig, auch kostspielig, muss man ganz klar sagen. Und es ist, man muss natürlich ein bisschen auch die Verhältnismässigkeit wahren. Also für jetzt, sagen wir, eine wenig komplexe Operation, das gibt es tatsächlich, wäre jetzt die Verwendung eines Roboters eigentlich ein übertriebener Aufwand, der auch die Qualität nicht wesentlich jetzt verbessern würde. Also grundsätzlich gesprochen, je komplexer ein Eingriff, desto höher ist der Nutzen auch eines solchen Instruments. Da Vinci ist ja nun ein Schritt sozusagen in mehr Digitalisierung in den Operationen. Sehen Sie da noch eine weitere Entwicklung als nächsten Schritt sozusagen, der dann dem Patienten angeboten werden kann? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bisher eigentlich nur ein mechanisches System. Also das ist ein System, das unsere Befehle an der Konsole mechanisch als einfach ein Instrument übersetzt auf die Instrumente. Was wir bisher nicht haben, ist einen Roboter, der auch ein bisschen versteht, was passiert. Und ich denke, das ist die nächste Generation. Und ich denke, wir sind nicht so weit davon entfernt, dass wir Roboter verwenden, die eben auch ein bisschen mitverstehen, was wird gerade gemacht. Vielleicht dem Operateur, also dem Chirurgen auch gewisse Hinweise während dem Operieren gibt und sagen zum Beispiel, das ist eine Struktur, die man schonen sollte, das ist ein Nerv, den man nicht jetzt verletzen sollte. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass Systeme verwendet werden, die verstehen. Und natürlich denke ich eher in etwas fernerer Zukunft wird es Systeme geben, die vielleicht auch gewisse Schritte mit operieren, die auch Teilschritte selber machen können. Und wir wissen natürlich von den anderen Bereichen in der Technik, wie zum Beispiel der Fliegerei, dass je mehr ein System eben auch versteht und überprüft, desto höher ist die Sicherheit. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf Facebook und 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 auf Facebook. Vielen Dank.